willkommen kinderlein zurück zu fallout ihr habt mir geschrieben dass ich unter anderem lebens lebens lebensspender skinn soll das suchen wir mal direkt hier löfspender wahrscheinlich bei wo wird es sein bei ausdauer oder so da du bist vital also man bekommt sofort mehr mehr gesundheit und vor allem hat man später hier man regeneriert verlorene gesundheit das ist natürlich auch nicht schlecht da kommen wir in situationen oder aus situationen mit vielleicht mit ziemlich viel der match heraus und füllen uns langsam von alleine auf ich glaube das ist echt eine gute idee ich noch mal eins rein im moment weiß ich nicht was wir noch gehen sollen eigentlich könnte ich das zweite wahrscheinlich auch direkt rein machen wir sind ich nehme an höchstwahrscheinlich bald wieder level ab okay nicht bald aber na gut ich warte jetzt mal falls wir irgendwie noch was brauchen es wundert mich immer wenn ich auf den konsolen gespielt habe ich habe so viele punkte gehabt in die ich geskillt habe und das war mir so wichtig und die fahrt endlich wieder level ab schnell einen neuen skillpunkt und so und hier sammeln wir irgendwie die skillpunkte an und nichts passiert ja es ist so unnatürlich so wir haben letztes mal ja uns um die um die werkstätten gekümmert aber wir machen jetzt erst mal nicht mehr weiter bei den werkstätten ich würde sagen da haben wir jetzt genug gemacht sondern wir gucken mal wieder nach den aufgaben die wir haben und zwar warum sind die nicht markiert eigentlich suche in der turm ja das ist für diesen diese spielzeugteile für den einen ghoul öffnet eine persönlichen lagerbehälter auf dem auf dem schiff finde technische dokumente für das haben wir eigentlich alles ja schon jetzt auch mehr oder weniger erledigt aber ich würde sagen wir gehen einfach mal dieses ding hier bergen dass wir weiter nach unten kommen auch wenn wir hier oben noch gar nicht alles erledigt haben aber scheiß der hund drauf ich will wieder was entdecken hardware town ja da haben wir was haben wir da gemacht ich glaube da haben wir die farbe gesucht für diesen knilch der die die wand in diamond city anmalen wollte und jetzt geile mucke oh my god ist die sexe und jetzt ja das teilen gehen wir mal die im pop geschichte holen dieses haben wir ganz 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 am anfang haben wir diese quest erhalten ich nehme daher an dass das ist wahrscheinlich nicht so optimopel ist dieses ding also dass wir jetzt sagen können auch ganz schön enorm auch für unseren für unser level aber wir schauen mal so wie blablub wir müssen genau dahin da sind sogar noch andere quests als auch die wort und so weiter und so fort aber wir holen jetzt mal nur diesen im brotting ins oder geht da zumindest mal hinschauen was passiert ich hab da keine ahnung was da jetzt noch mal geschieht im moment ich mach gerade noch die dinge ein bisschen stärker da ihr wisst ja am pc muss ich ach manuell habe ich da so ich habe da so knöpfe wo ich die lüfter hoch stellen kann warum ist da nichts drin haben wir nicht oh schie wir haben irgendeine bumme will ich gerade sagen die doch total krass ist blinderer die gegen wen kämpfen gegen sich selbst ach gegen oh shit war vielleicht ein bisschen früh das ding zu greifen oh gott wie viele wie viele ha 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 keine ahnung habe ich irgendjemand davon getroffen habe hier banken 44 warum warum ach du kacke wo ist wo ich würde ich ruhe warum schmeißt den er ist einfach geplatzt vor freude nein ich wollte jetzt eigentlich wieder muss eigentlich eine runde counterstrecken aufnehmen aber ich dachte mir ne jetzt machst du erstmal noch eine runde fallout das ist gerade so extrem entspannt und wer ach du kacke leute fliegt mich nicht um sie sind jetzt tot hier ja und wenn ihr den gestrigen stream mitbekommen habt den vom also für mich gestern für euch schon länger her von donnerstag es lief ja so reudig es lief die ganze zeit so reudig und ich brauche jetzt einfach mal eine runde hier entspanntes spielen und nicht immer irgendwie irgendwie irgendein scheiß direkt wo ist die leiche da liegt sie oder liegt sie kate warum chillst du eigentlich da rum schießen die von da hinten auch auf die bruderschaft irgendwo aus weiterentfernung bruderschaft ah what the fuck wo kommt denn der jetzt her bitteschön kate liegt ja oder sitzt sie sitzt sie ist eine dame sie liegt nicht sie sitzt ist irgendjemand der da rumsteht einfach ich komme da nicht vorbei hallo so leg dich he na also das war es war es das ich glaube das war es kate stehst du wieder auf hallo hallo ja das gestern war einfach das war einfach reudig ab und an ich kenne das sicherlich hat man diese diese ansammlung von schlechten spielen und ja ich kann damit ja ganz gut umgehen ich hätte schon fast eigentlich gesagt ich kann damit ja ganz gut umgehen aber es geht doch schon echt auf die nerven gerade wenn es halt im live stream ist wenn ich alleine bin dann ist das wieder was anderes aber ich will euch im live stream ja auch eine show bieten da soll es ein bisschen abgehen und cool sein und so weiter und dann denke ich mir auch immer direkt der live stream verliert an an qualität oder so ich weiß dass es also es hat von euch noch nie jemand so geschrieben das ist meine meine eigene kleine mini meinung guck mal da hinten der bär ich kann ihn nicht anvisieren aber trotzdem ja trotz ah ich habe ja die dinge weggelegt wow 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 die sind hallo hier ist ja die eleanor wie hier los oh fuck eleanor warte kurz ist das bär eleanor look at this bee guck at this bee guck at this bee nan warte kurz mal nach oh ist denn noch einer what the fuck oh shit look at this bee oh god diese bee nan aber auch immer größer ne fuck look at this bee eleanor helenora hilfst du mir mal wir können die direkt grillen mit unserer wo wir hier eleanor bitch i don't know look at die look at the bee oh sie schmeißt mit nades ich stand hier vielleicht ey die ist doch wahnsinnig okay hast du die gesehen hätten wir jetzt lebensspender schon voll geskillt wären wir jetzt hier am aufpimmeln na 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 da hocken wir schon nochmal gemütlich eins rein und den nächsten am besten auch da müsste ich genau jetzt kein stinkpack nehmen ich muss wahrscheinlich eh keins nehmen weil ich jetzt bei ihr im bett pennen kann ich kaufe und verkaufe zeig einfach mal was du hast dann schauen wir ob wir uns nicht einig werden komm mal nicht so nah hier mit deinem mit deinem hier ich hab ein paar minuten um mir dein angebot ja 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 aber ich hab nicht genug zeit um so langsam zu sprechen mein freund wir haben wir haben ja nie was ich hab gesagt wir müssten vielleicht mal anfangen munition zu kaufen sollen wir das einfach mal machen wie so azys hier einfach mal ich guck mal kurz was das alles kosten würde 700 crown cakes hm das ist schon ziemlich viel kann ich hier bei dir auch geld kaufen ach verleckt es mir doch am Ärmel beziehungsweise wir bräuchten irgendeinen Schotter den wir ihr dann andrehen na ich kann nicht im fremden bett pah wir bräuchten irgendeinen Schotter den wir ihr andrehen können hey da steht doch kein name drauf hast du das gesehen das wollte ich nicht das wollte ich nicht ha den wir ihr dann praktisch andrehen könnten und ihr ins gesicht stopfen könnten dann praktisch um unser geld zurück zu bekommen ne so kann man es ja auch oder habe ich es auch schon in diversen spielen gemacht dass ich ja ich kaufe voll viel dass der händler dann sehr reich ist und drücke ihm dann wieder ultra viel scheiß rein den ich nicht brauche bei skyrim zum beispiel habe ich das sehr oft gemacht oh ein Powerrestungsständer was ist denn hier los ist das von der Eleanor jawoll hier ist bestimmt ein Bett ich denke hier ist ein Bett wo wir schlafen können wudewoo nice nice ey ich glaube auch dass hier irgendwas nicht stimmt die Tür stand offen ist hier etwas nicht stimmen weiß ich nicht es wirkt ganz normal aber die Kate meint hier stimmt was nicht also stimme ich einfach mal zu Kate denn nicht wahr guck mal Kate was ich kann haha voll die abkürzung über krass oh oh wisst ihr warum mich das hier erinnert dieses dieses Dörfchen ich glaube das war bei Fallout New Vegas oder beim dritten Teil aber ich glaube eher bei New Vegas da konnte man in so eine Simulation gehen man war in einer Vault und hat sich in so ein Ding reingelegt und war in einer Simulation und hat dann in so einer Stadt gespielt und musste irgendwie so einen Mord aufkriegen oder so ein böses Mädchen war dann am Schluss irgendwie und es waren auch Häuser die einfach im Kreis und um so einen Spielplatz waren das ist irgendwie voll die exakte Kopie dieser dieser Sache erinnert ihr euch daran ich weiß nicht wenn ihr die Sachen gespielt habt dann und in diese Mission diese Mission genutzt habt oder gemacht habt dann wart ihr habt ihr die sicherlich im Kopf weil die war schon echt einbrennend irgendwie da wohnt ich hab die das Mädchen auch irgendwie Leute umgebracht und so was war ziemlich krass öh ne ihr habt mir geschrieben dass ich angeblich schon wieder eine 50 äh Kaliber 50 Waffe liegen gelassen habe das kann natürlich so nicht stimmen ne das ist gelogen da muss ich mal schauen was was hab ich da getrieben hey lass ich die Sachen liegen ich weiß es nicht wo geht's lang ist es das ja das ist da drüben ist es wir gucken uns noch kurz hier um was es hier alles gibt das kenn ich alles noch gar nicht so wie dieses äh ich glaub im dritten Teil dieses Dorf von Menschenfressern die es da gab bei Fallout 3 das war auch der Hammer hab ich aber erstmal beim x-ten durchspielen irgendwie gefunden weil ich grad natürlich ganz ganz am Anfang jetzt ähm da war ich dann nicht auf diesem Feeling alles zu auf diesem Trip alles zu durchforsten sondern hab dann eher so die die Story gespielt ich weiß nicht was damals mit mir los war aber schon hier war ich zu jung oder so um die richtig guten Sachen zu ab zu ab zu checken aber ja mittlerweile bin ich natürlich ziemlich cool geworden ist klar logisch ne das Alter macht einen halt auch cool hallo hallo nix shit also nichts sichtbares dann gehen wir jetzt mal zum Ziel das ist so ein überkrasses was ist das das ist ein Krankenhaus von außen aus wie ein Krankenhaus aber es ist doch diese Fabrik oder ne halt wie heißt unsere Quest wo wir jetzt die wir jetzt machen ah doch ein General Hospital ist das das ist das hier ok dann suchen wir jetzt da mal nach dem Impro oh 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 wisst ihr was was mir gerade einfällt ha 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 ihr wisst ja dass ich schon mal ein Guide zu dem zu der Volt 88 gemacht hab ne zu dieser ganzen Geschichte hier als das Addon raus kam das Vault-Tag Addon oder wie es heißt hab ich ein Guide gemacht und ich bin hier aus einem versteckten Eingang der Volt gekommen und zwar direkt da raus ne ja genau da ist der da ist der da fuck immer zur Seite geht zur Seite oh shit nein 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 fuck der kommt ultra nah der kommt ultra nah der kommt ultra nah hat der ledigt Jungs oh noch einer fuck the fuck ich lock ihn oh scheiße der hat über der hat überlebt der hat überlebt zum Glück seid ihr so krass stark wo geht denn hier hin eigentlich ist es das ist ne riesengruppe Siedler warte mal das gibt's doch gar nicht die haben voll überlebt ne ja da bin ich da rausgekommen aus dem Loch damals aus der Volt war ich noch einer scheiß in der Decke oder was BOU wie sie sich alle nein der ist tot ne der hat sich noch hingelegt ähm ja da bin ich aus der Volt da rausgekommen hier und da kam auf einmal diese ganzen Pisse auf mich zu mit diesem ja mit diesem Selbstmord bum 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 Dinger da und das ist dieses geile Parkhaus oh das ist so cool das ist krass 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 hier gibt es sehr sehr geile Dinger das ist so ein Grusel Parkhaus Saw das ist wie Saw so weg da sind noch zwei ach Gott sind da noch sind da noch andere Gegner die Laserwaffen haben ne die weg ja ich geh gleich hin vorwärts vorwärts ich muss mich erstmal konzentrieren hier und wir erfassen so wer schießt da mit einem das ist doch ein Mutant ich geh mal von hinten ran und zu Schlag gehen mit mit unserem Messerchen so so bam jetzt holt er aber auch raus den Sack ha 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 ich will deine Beine fressern wenn du tot sein Mensch ich komm zu dir rein fress deine naja jetzt nicht nur was ekliges sagen aber das will ich gar nicht essen oh shit das war nicht geplant ich wollte eigentlich ein Ding machen critical bäh ich wollte mit einem critical auf den Arm schießen dass seine Waffe wegfliegt lächerlich 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 mach jedes Mal Leute ich hab jetzt echt kein bock meine Muni mein ach jetzt seh mich halt auf den stinkpäck und leg los heidenei heidenei leute müssen es endlich skillen so ruhe ruhe da hättest weglaufen sollen da hättest weglaufen sollen wo geht ihr alle hin Leute wo geht ihr bitteschön hin ihr ganze Sieg da sind doch irgendwie sieben Leute oder so das kann nicht wahr sein ich denke sie sind etwas Dipschit ganz viel ekliger Kram Kornkorken erzähl doch mal warte ich spreche dir einfach an ich glaub das sind unsere Leute warum warum laufen die hier rum ich bin so blöd Leute Leute oh mein Gott was für ein riesiger Faschissner Zufall da hinten Blünderer Leute passt auf da sind Blünderer ähm das sind die die ich alle weggeschickt hab nach Tentacle Island ey das würde mich jetzt aber echt mal ultra hart interessieren wie die wie die da hinkommen ich weiß nicht ob ich denen jetzt nachlaufen soll ich frag mich wie die ich schwimmen die einfach dann dahin wahrscheinlich ne warte mal die laufen jetzt genau straight da rüber also die laufen hier runter glaubt ihr die gehen irgendwie hier lang und dann also nur auf dem Weg lang möglich können wir machen noch kurz die Leute da down da drin ich hab jetzt ja keine Snipe jetzt ist es ein bisschen blöd jetzt hab ich grad so viele Momente wo ich die Snipe hätte gebrauchen können dann renne ich hier ohne Snipe rum tja damit gehts ja auch krass hat jetzt keiner oh Gott wer war das das war jetzt aber doch hoffentlich ein Feind oder was ist das hier ein Autohaus legen wir los legen wir los legen wir los ne ne wir gehen jetzt nicht los das ist ein Toter warum liegt da ein Toter ok ich schieß doch die Siedler don't touch my Siedlers an ok these are my Siedlers from Catan aggressor aber ne Klinge ich kann es gar nicht aussprechen was ich da alles finde ne anal Klinge habt ihr ja nicht irgendwo ein Bett dass ich endlich mal pennen kann oh shit Packflügler oh nein oh nein oh nein und ich bin so und ich bin so lau ja wir scheißen drauf oder wie die sich bewegen Blinderer jetzt ist dieses Viech down wer ist denn das jetzt ich frau mir Blinderer ok so ist das auch noch ein Blinderer da ne das sind die Siedler ist das das ist die Kate scheiße voll verwirrend hier oh fuck fuck nein ok 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 oh shit ich dachte kurz der kitt uns jetzt ne ach du scheiße jetzt mach ich hier kurz einen Prozess mit dieser Ratte mit dieser fliegenden komm her komm her get it on snitch get it on I got it oh ja was sagst du dazu? tut's weh? fühlen sie dich gut Mr. Crabston? Quatsch weg ist es die kleine verschissene Flugratte guck die an guck was er dabei hat als hätte er Beine also ich meine als hätte er große Beine ja guck ich das ganze Blut an da ist auch so ein kleiner Kackflügler und da ist noch so ein Stinger wo ist die andere Trulla hingeflogen? die ist ja irgendwo rein oder? oder war er das? hab ich den Kerl aber runter geschossen ja wahrscheinlich Leute mir wird nicht ganz klar wo lange er geht warum geht der einfach da gerade runter? ist egal wir lassen die oder? also ich meine ihr könnt jetzt hier eh nicht mit entscheiden aber ich würde sagen wir lassen die einfach laufen irgendwie wir können ja mal von der Insel jemanden wegschicken und dann einfach hinterherlaufen das können wir machen dann sehen wir ob einfach geschwommen wird oder ob sich irgendwie übers Wasser teleportiert wird so da hinten ist unser Ziel hier sind noch ein paar was hat denn Milotfleisch dabei auch nukleares Material ist natürlich gut so hier ist dieses große Spital und das ist auch eine geile Sache das müssen wir uns unbedingt merken Leute schreibt euch jetzt bitte mal auf hier am 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 Hospital da wo auch der Tunneleingang zur Vault ist genau da ist hier unten dieses Saw ähm Ding das ist krass das ist echt krass so wo ist hier der Eingang mal da drüben direkt ja eine Matratze juhu so schön gepennt das können wir gehen here we fucking go ich bin hier mal gespannt habe ich da was zu trinken oh nein näh das fällt mir immer dann auf wenn ich gerade am aufnehmen bin dass mein Kram leer ist aber naja so wo ist die Kacke hier ich glaub's nicht dass die Leute wirklich bezahlen mussten um zum Arzt gehen zu können ähm ist das nicht jetzt immer noch so what the fuck ja doch das ist doch jetzt hier in der Postapokalypse immer noch also genau das gleiche in grün oder sogar noch schlimmer weil die Ärzte irgendwie scheiße sind ich weiß keine überfälligen Bücher mit hab eh vergessen wo dieses böne Abgabehäuschen ist nähern sie sich und geben sie sich zu erkennen ja durch schaffenden Bürgern wird kein Leid geschehen okay gut ich werde mich lehren sobald sie einen Sack besitzen Alter jeder Schuss ist da nicht mehr geil oder fuck bleibt sie bitte stehen bleibt sie bitte stehen ich bleib gleich stehen mein Freund da leuchtet irgendwie der glüht wenn das der gleich in die Luft fliegt der wisst ja das machen die gerne mal die Robocrocs ja okay da gehts hoch da gehts nirgendswo lang hier ist ein Stinkpack A-Klammer noch eine Flasche viele sind unter uns aber sicherlich auch oh da oben ist was da oben müssen wir hin ist ja gar also an sich gar nicht weit von hier dann gehen wir da hinten durch vielleicht müssen wir auch mit dem Aufzug fahren wer weiß ne da gehts hoch das ist schon mal gut was ist hier ist hier jemand wow da 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 ja jawoll sehr gut gehts hier auch direkt weit ne da gehts nicht weiter das ist der Weg nach oben Kate 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 nicht blocken danke ist eigentlich die haben wir die gleiche Munition hier an dem Ding ne das ist andere Munition guck mal Kate da gehen wir hoch genau ne da gehts gar nicht hoch wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren ich dachte da gehts hoch alles klar hat sich erledigt beziehungsweise runter ne wir müssen hoch also so siehts zumindest aus können wir jetzt eigentlich irgendwie wählen wollen wir hier fahren nein nicht da unten nein das ist falsch wer ist denn da gerade angebottert gekommen es hat sich irgendwie eklig angehört es wird ein Roboter rennen dum 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 ist das so ein großer mit diesen roten Strahlekörper das wärs dann werden wir ganz schön genuddelt dann werden wir ganz schön genuddelt das glaubst du aber Wodka ich habe einen Weg gefunden guck auf das Weg gefunden ich habe einen Weg gefunden mit Swear okay ich glaube das hier nein das hier nein das hier okay äh okay okay einige Optionen sind noch offen aha gut 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 es wird schwieriger also so okay also hier ah habe ich es nicht am Anfang getestet einfach gerade okay es ist nicht wirklich gerade das ist leicht zu okay wie schön so Flüchtling versucht zu entkommen Flüchtling versucht zu fliehen so oh shit dude hello Mr. Handy Freak fink eng und eng und ring das werden Sk teraz ähm Kate da kommt direkt noch jemand bla bla Auf was für eine Energiequelle? Ich sehr kenne. Kate, der hat keine Energiequelle, Kate. Kate... Ist Kate neben mir? Ne, mach meh! Okay, die ist oben. Das ist so kacke, die hilft nicht. Die chillt da oben ihre... ihre Grundausbildung ab. Und wir sind hier unten und sind voll in... in the pumper. Ja. Oh, der hatte sogar Brennstoff drin. Der hatte einen Flammenwerfer dabei. Das sind die richtig krassen. Ah. Kurz hier raus. Es ist aber hier schon in der Nähe. Habt man eben gesehen, ne? Das Ziel ist ganz, ganz in der Nähe. Zigaretten, bla 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 bla... Und über Cola wollen wir nicht mehr. Nein, die... Snitch! Korn! Du hast nur gekoint. Es ist nur eine Konsequenz. Baba. Das sind die ökligsten, mit ihren komischen Klingen. Die direkt auf einen zugeflogen kommen. Oh. Da chillt aber auch jemand ordentlich, ne? Mit Geld. Das war meins. Da vorne kommt gleich einer. No, 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 no. Ah, der blieb geschossen erst mal. Drieb ein feindliches Ziel an. Guck mal, vielleicht machen wir dir einfach mal die Beine ab. Grasdacke. Weil du keine Beine brauchst. So, wer ist denn, ne? Guck mal da. Peng. Boom. Weg ist das Beine. Ha, 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 ha. Ziemlich dumm gelaufen für dich. Jetzt schieße ich noch die Arme ab. Ah. Kate, du machst gar nichts da oben. Die labert nur. Wie fühlt es sich an? Die stellen von da oben. Hockt auf dem, was ist denn, auf dem Stuhl? Sitzt. Genau. Oh, technisches Dokument. Nice. Damit habe ich auf der Konsole Probleme gehabt. Mit diesen technischen Dokumenten. Die habe ich nie gefunden. Kicks rank. I'm a girl. There is some shit in there. Nice. Mochee. Oh, ein Microscope. Wieviel können wir eigentlich tragen? Okay, okay. Was? Wir sind noch so? Krass, wir haben doch fast gar nichts dabei. Habe ich so viel weggelegt letztens und aufgeskillt und starker Rücken. Ich glaube, starker Rücken haben wir ja volle Pulle gemacht, ne? Wenn wir nicht recht in den Sinn. Ja, ja, das haben wir gemacht. Let that pistol down. Let that pistol down. Hey, baby, baby, baby. Nehmen wir den ganzen Scheiß mit Asbest. Das kann man, glaube ich, immer genug, oder kann man nie genug haben. Asbest ist super. Das ist super. Habe ich euch eigentlich schon erzählt, das ist in meiner alten Grundschule. Da wurde, natürlich Jahre nachdem, nachdem ich dort war, haben die Kinder, so wie wir auch, damals über, also diverse Kinder immer mal wieder über starke Kopfschmerzen geklagt. Und dann wurde festgestellt, dass das ganze Ding eigentlich aus Asbest bestand. Also nur aus Asbest und, was weiß ich, strahlenden Kacheln und so eine Scheiße. Und dann wurde das mal neu gemacht. Also, kann sein, dass ich bald verrecke. Nehmen wir, also mir geht's natürlich super gut. Aber, ich denke, es gab vor allem gewisse Räume, die einfach sehr, sehr kaputt waren, wo das am ehesten dann rauskam. Und da gab's echt richtig Probleme dann irgendwann. Da mussten wir dann ziemlich viel neu machen. Das war ewig geschlossen. Aber ich war da halt schon längst draußen. Und ja, so kann sich das alles über die Zeit hinweg entwickeln. Wenn ich überlege, was es früher hieß, stelle ich nicht so auf. Und heutzutage, was, was? Da kommt direkt die ganze, die ganze Verbandsgemeinde zusammen und Ärzte und was weiß ich. Und fuck, die armen Kinder. Schnell, wir müssen gucken, was los ist. Verschissen nochmal. Und früher, in Indiana kennt kein Schmerz, aber man wächst noch ein Arm aus dem Rücken. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das ist halt so. Das ist einfach ganz normal. Wenn man größer wird, dann verändert sich der Körper. Da macht man komische Sachen durch. So ist es halt. Kate, halt deine verschissene Gosh. Du bist irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in Puffdorf. Und bist nicht bei mir hier. Ja, und sagst irgendwas mit ruhiger Hand. Ich geb dir demnächst mal eine flotte Hand ins Gesicht. Voll ein. Ist ja irgendwas leckeres. Das find ich echt behindert. Also, die könnten sich doch ruhig mal nachtelportieren. Das machen die doch eh auch für die Säcke. Dass die sich nachtelportieren. Ich bin jetzt aber schon richtig hier. Och Gott. Wo kommst du jetzt her? Commonwealth hat den Maul, Alter. Du bist doch jetzt gerade mal total am Umlöge, oder wie, oder was? Ii. Wer ist das? Kate, guck mal, dein Vater. Guck gar nicht. Doch. Jetzt stellt sie sich in den Weg. Mit Absicht. Mit vollem Absicht macht sie das. Oh nice. Shaggy beams. Oh nice. Nothing more. Tja. Tür. O-okö. Tür. Da geht's runter zu den Sachen, wo wir vorhin waren. Ähm, well, hello. How can I help you? Batsch. You want no leg? Good. I can do this. And now. Lass dich, wie cool war. Wie willst du jetzt? Guck mal, er geht dann sogar weg. Habt ihr gewusst, dass wenn man die, wenn man die Arme und Beine von denen abschießt, dass sie dann, dass sie dann irgendwie exklimieren? Äh. Äh, warte mal, warte mal. Warte mal, warum, warum, warum greifen die nicht an? Warte mal, warte mal. Die greifen gar nicht an. Hab ich, hab ich ihn gerade zu Unrecht gekillt? Du willst mich ja beim Schlimmkirchen, du Pisser, ja? Warte, hast du das? Nee. Auf. Auf einmal doch. Kate, hast du das Griff? Kate, du musst dich ein bisschen mehr anstrengen. Labert er das jetzt gerade? Haben die einfach an den, an den Beinen mehr, mehr Damage? Kann die gar nicht sein, dass die mehr Damage fressen? An Arm und Bein? Kate, du musst auf die Arme und Beine schießen, ne? Keine Ahnung, wohin du schießt. Ach, Kate. Mit dir kann man einfach nichts anfangen. Jetzt chill. Chill, 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 Kate. 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 Ich will doch hier nur kurz durchgehen. Ohne, dass ich direkt... Fuck. Warum ist hier schon wieder irgendwas, wo man lang kann? Ich will nicht... Ich hol mir erstmal den Quest. Die Quest. Das Quest gegen Stand Line. Wo geht's erstmal ab? So. Wir gehen hier rein und da hinten dran ist es ja bestimmt, oder? Oder vielleicht sogar nicht. Oh mein Gott. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, wir laufen noch kurz rum, aber hier ist es auf jeden Fall. Ha! Geschafft. Gut, alles sauber. Also. Wir haben hier einen... Berge-Impro-Revolver. Also wenn das nicht das überkrasse Mega-Ding ist, dann... ...ge ich mich hier hängen. What the fuck? Ich jetzt halt... Das stimmt was nicht. Wir sollten von hier verschwinden. Ja, Kate. Schön, dass du das jetzt merkst. Wo gerade... Oh, da ist nochmal ein... ...ein... ...ein Dektor gewählt. Das nehmen wir auch mal mit. Das ist immer gut. Schön, dass ihr das jetzt gerade merkt, oder? Dass hier was nicht stimmt. Die ganze Zeit werden wir angegriffen und zerfestet und sie... Warte mal. Hier riecht's so komisch. Kate. Riecht's hier wirklich komisch? Nee. Was liegt an dir? Du altes Snitch. Ähm. Hier würde es wieder runtergehen. Als wüsste ich, was zu tun ist, wenn ich was gefunden hätte. Hat der Mund. Hat einfach deinen Mund. Lass mich ganz kurz hier runterspringen und gucken, ob das jetzt... ...genau dieser Anfang ist. Ja, das ist dieser Anfang. Okay. Nur, um da nochmal sicher zu gehen, dann nimmst du jetzt halt mal diesen... ...Fahrstuhl, der da hinten war, und gucken, wo wir dahin kommen. Hör mal nach... ...ein paar Sekündchen Zeit. Schnell, Kate, wir müssen uns zum Fahrstuhl folgen hier. Lass uns zum Fahrstuhl gehen, Kate. 3, 2, 1, wey. Wohin geht's da jetzt? Nach unten schon wieder, okay. Oh, fuck. Nee. Nee. Du kannst hier bestimmt rein, oder? Oh, fuck. Okay. So. Oh, um Gottes Willen. I need help, guys. Boah. Halt den... Halt deinen Mund fest. Gewalt wird nicht tolerieren. Er schlägt mir ins Gesicht, während ich... Ich kann nirgendswohin. Voll das eklige, beklemmende Gefühl eben gehabt, Alter. Richtig widerlich. Wo sind wir denn hier? Warte mal, Kate. Ich glaube, wir sind hier am Arsch der Welt. Kommst du hier nicht her, Kate, oder wie war das? Hm. Lecker. Metallkisten mit Gülbären drin. Ja, nice. Wir sind hier im Haus... Oh, Schrot verdrohen. Im Eisfach. Wer macht denn sowas? Wir sind hier im Hausmeisterkeller gelandet. Kann das... Kann das gerade mal sein? Kann das gerade mal sein, da? Was ist hier? Nix. Ach, Eichhörnchen am Stiel. Habe ich... Ist das jetzt hier echt eine Sackgasse? Nee, oder? Das darf jetzt nicht wahr sein. Das ist jetzt keine Sackgasse. Das kann man doch nicht irgendwo hinführen, da geht... Da geht es ja nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Das ist echt... Lächerlich, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wartet kurz. Ich will noch nach oben fahren. Und schnell rausgehen. Mr. Handy. Hilfe. Nein. Höh. Da wo... Sind die auch Schrottpatronen? Nee. Rattengift. Ist ja was ähnliches eigentlich. Jetzt gehen wir halt direkt... Heide, nein. Das war jetzt ja wohl lächerlich. Ich dachte, wir finden jetzt hier noch irgendwie den heiligen Grad oder so. Aber nein. Scheißdreck, haben wir zu einem Peifendeckel. Okay. Gut, gut, gut. Wisst ihr was? Wir könnten ja einfach planen, dass wir jetzt... Wir gehen einfach in der nächsten Folge in dieses... In dieses krasse Horror-Parkhaus. Das ist ziemlich nice. Das ist so auf Saw gemacht. Also wenn das genau das ist, was ich meine, dann ist es auch so auf Saw gemacht. Mit so... Ja, mit so Fallen und so Zeug. Und es ist echt eine coole... Eine coole Sache. Das habe ich leider da... Also das habe ich leider nicht per Zufall gefunden, sondern ich habe mir... Ich habe irgendwann mal beim Thumbnau machen ein Video angeschaut mit irgendwelchen Secrets und... Ähm... Oder mit... Ja, doch mit... Ja, mit geheimen Orten. Ich hatte diesen jetzt immer noch hier, meine Leute. Und genau da habe ich dann das Teil hier gesehen. Ich schäme mich einfach schon mal direkt davor. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.